Wenn Sie als Händler überwiegend mit gebrauchten Waren handeln, dann haben Sie sicherlich schon bei dem Begriff der Differenzbesteuerung gehört. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal kurz zeigen, was steckt genau hinter der Differenzbesteuerung, wer kann die anwenden und wie kann ich EasyBuild so konfigurieren, dass automatisch, wenn Differenzbesteuerung angewandt wurde, das auf den Rechnungen auch ausgewiesen wird. Schauen wir uns zunächst mal an, warum gibt es die Differenzbesteuerung überhaupt? Nun, bei der Differenzbesteuerung ist es so, dass vermieden werden soll, dass beim Wiederverkauf von gebrauchten Artikeln nochmals in voller Höhe Umsatzsteuer auf den gesamten Verkaufspreis anfällt. Voraussetzung hierfür ist, dass einem ein Wiederverkauf vorliegt, das heißt, Sie können jetzt nicht gebrauchte Ware kaufen und die gewerblich in Ihrem Unternehmen oder privat nutzen. Sie müssen den Kauf bei einem Verkäufer getätigt haben, der innerhalb der EU, also im sogenannten Gemeinschaftsgebiet sitzt und der Verkäufer darf nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Das heißt, der Verkauf darf auch nicht schon unter der Differenzbesteuerung passiert sein, sondern muss beispielsweise ein Kauf von einer Privatperson gewesen sein oder einem Unternehmer, der unter der Kleinunternehmerregelung agiert. Wenn die Fälle erfüllt sind, dann können Sie die Differenzbesteuerung nutzen und müssen dann bei den Verkäufen nur noch die Differenz zwischen dem Einkaufs- und dem Verkaufspreis als Grundlage für die Steuer ansetzen. Wichtig hier ist, dass immer der Regelsteuersatz, also 19% berechnet werden muss auf die Differenz zwischen diesen beiden Preisen, auch wenn die Ware, beispielsweise ein Buch, normalerweise dem Satz von 7% unterliegen würde. Also schauen wir uns das mal an. Sie kaufen eine Spielekonsole ein zum Preis von 300 Euro, verkaufen die für 500 Euro weiter, dann wären eben nur die 19% auf die Differenz von 200 Euro abzuführen. Und jetzt schauen wir uns doch mal direkt an, wie einfach das in Easybill auch entsprechend umgesetzt ist, damit auf der Rechnung ausgewiesen ist, dass eben die Differenzbesteuerung genutzt wurde. Am häufigsten kontaktieren uns Online-Händler zum Thema der Differenzbesteuerung. Deshalb zeige ich Ihnen diesen Fall jetzt einmal, wie das hier entsprechend automatisiert eingestellt werden kann. Dazu gehen wir in den Importmanager hinein. Das ist ja der Bereich von Easybill, wo es eben um die Anbindung von Online-Shops und Marktplätzen geht. Hier wähle ich den Menüpunkt Einstellungen allgemeines und steuerliches aus. Und zunächst mal würde ich sagen, dass ich aktiviere, dass bei Produkten mit 0% Mehrwertsteuer die Differenzbesteuerung ausgewiesen werden soll. Wenn ich das aktiviere, passieren zwei Dinge. Zum einen wird die Produktbezeichnung auf meiner Rechnung durch eine hochgestellte 1 am Ende ergänzt. Zum zweiten wird dieser Satz, der hier zu finden ist, den ich aber auch individuell abändern kann, in meinen Abschlusstext der Rechnung mit aufgenommen. Und entsprechend, so weise ich darauf hin, dass alle Artikel, die eine hochgestellte 1 am Ende der Bezeichnung haben, entsprechende Differenzbesteuerung hier gemäß § 25a USTG unterliegt, was der Paragraf ist im deutschen Umsatzsteuerrecht. Unternehmer aus Österreich oder anderen EU-Ländern könnten natürlich diesen Text jederzeit anpassen und hier auf das passende Gesetzbuch und den passenden Paragrafen verweisen. Wenn jetzt Ihr Online-Shop oder Marktplatz uns aber bei nicht übermittelt, dass ein Artikel 0% Mehrwertsteuer hat, sondern uns nur einen Bruttopreis übermittelt, ohne steuerliche Angaben, dann wissen wir natürlich nicht, welcher Artikel unterliegt denn jetzt der Differenzbesteuerung, welcher Artikel hat 19%, 7%, 0%. Das ist häufig bei Amazon der Fall. Wann immer ich den Umsatzsteuerberechtigungs-Service bei Amazon nicht nutze, übermittelt Amazon nur einen Bruttowert. Dafür gibt es aber auch eine Lösung. Und zwar diesen Haken, der die hinterlegte SKU-Datenbank aktiviert. Ich kann hier sagen, was ist der reguläre Satz, was ist der ermäßigte Satz in dem Land, in dem ich sitze. Also österreichische Händler würden dann hier auf 20% und hier auf 10% respektive 13%, je nachdem, was für Artikel sie verkaufen, das Ganze ändern. Und würden sagen, was ist denn meine Standardvorgabe, eher der normale, eher der ermäßigte, wovon verkaufe ich mehr. Was soll also angesetzt werden, wenn die Artikelnummer, die SKU, nicht in der Datenbank erfasst ist, denn ich muss nur die Ausnahmen von dieser Regel hier erfassen. Sage ich also aber mal, der Normalfall sind bei mir 19%. Jetzt habe ich das gespeichert und gehe in diese Produktdatenbank hinein und kann jetzt hier Produkte hinzufügen. Ich kann also sagen, der Differenzbesteuerung unterliegt der Artikel mit der SKU 123, mit der Artikelnummer 456 und mit der 789. Die kann ich alle untereinander weg hier eintragen und klicke jetzt auf Speichern. Das System wüsste jetzt, wenn ein Artikel mit dieser Artikelnummer übermittelt wird, dann soll er 0% ansetzen, wenn die Plattform oder der Online-Shop, aus dem die Daten übermittelt werden, eben keine Informationen, keine weiteren Informationen übermittelt. Gerade aber beim Handel mit gebrauchten Artikeln ist es so, dass ich eine hohe Fluktuation in meinem Sortiment habe, teilweise Artikel nur ein einziges Mal im Artikelbestand habe, weil ich ihn einmal jetzt nur gebraucht eingekauft habe. Dann kann ich es mir noch einfacher machen. Dann muss ich nicht für jeden Artikel eine Artikelnummer individuell vorgeben und vor allen Dingen hier jeden Artikel einzeln erfassen, sondern ich kann mit gewissen Regeln arbeiten. Zum Beispiel diese Regel hier, die besagt, dass ich alle SKUs dieser meiner Regel jetzt unterlege, die mit einem bestimmten Begriff beginnen. Hier ist es jetzt CD. Wir könnten es aber hier auch mal eintragen und sagen, der Differenzbesteuerung unterliegen alle Artikel, deren Artikelnummer mit Diff anfängt, weil beim Einstellen auf dem Marktplatz ich dafür Sorge trage, dass ich die SKU immer mit Diff beginnen lasse. Dann klicke ich hier auf Speichern und habe auch diese Regel hier eingesetzt und das System würde die 0% richtig ansetzen. Wie gesagt, das nur notwendig, wenn aus der Importquelle keine steuerlichen Informationen hervorgehen. Wie sieht das jetzt aus auf der Rechnung, die ich dann erstelle? Nun, da habe ich Ihnen mal eine Musterrechnung hier erstellt. Das scrollen wir mal hier ein bisschen rein. Sie sehen, ich habe hier einen Artikel gebrauchtes Computerspiel. Der hat die hochgestellte 1 bekommen. Menge 1, Einzelpreis 10 Euro, die dann hier auch mit 0% Steuer berechnet werden. Und dann habe ich eine Neuware hier drin, auch ein Stück eben zu 59,50 Euro inklusive Steuer. Das sind dann 50 Euro netto hier der 19%. Und das wird entsprechend ausgewiesen. Und es steht der Passus drauf, der darauf hinweist, dass dieser Artikel eben mit der hochgestellten 1 der Differenzbesteuerung unterliegt. Eine häufige Plattform, wo gebrauchte Waren verkauft werden, ist natürlich eBay. Da ist das ganz, ganz üblich. Und wenn Sie ein eBay-Händler sind und bis jetzt noch nicht mit EasyBill Ihre Rechnung schreiben, dann möchte ich Ihnen in diesem Video einfach mal zeigen, wie leicht generell die automatische Rechnungserstellung mit EasyBill ist. Und würde mich freuen, wenn Sie in das Video kurz reinschauen, sich das mal anschauen und von uns überzeugen lassen. Ich freue mich dabei darauf, Sie im nächsten Video dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, auf Wiederschauen.